F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Ich hab mir grad ein Video eingeschüttelt. Ja. Hier beim Burgerladen. Na dann. Die Leute die Scheiben kaputt machen. Knock Knock. Nichts. Burger. Aber davon ganz viel. Sooo, ganz viel Burger. Guck mal, warte mal. Du musst von der Tür, so und jetzt. Yeah. Völlig unbeeindruckt. Meins? Okay. Das war richtig klug. Da ist einer! Hier ist einer! Da grad ich hab dich umgebracht. Hast du was zu essen? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wo wir langlaufen sollen. Wir rennen hier einfach raus, da wer weiß wo der hier sein Kumpel ist. Kannst du auf der Straße mal langlaufen oder? Da! Rechts! Oh! Irgendwo rechts! Ich weiß nicht, er hört es ja auch nicht. Da schießt einer mit einer Schrotflinte, aber ganz billig. Dich! Abhin! Da drüben sieht's nach ganz viel aus. Ich glaube, das war sein Kumpel. Noch einer? Da schießt noch einer. Weiße Pistole hier ist noch ein... Ich brauch Muni! Hey, wir haben Muni gefunden! Oh! Oh! Guck mal hier! Oh! 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 Krach! Ne, hier! Guck mal hier! Ja, jetzt macht das nicht fair! Schade! Warte! Jetzt! Okay! Aber das Spiel hat keine Bugs! Das hat niemand gesagt! Hahaha! Auf der Straße irgendwo wahrscheinlich? Ja, jetzt bin ich im Haus nach Hauptneusch. Irgendwas hier drin ist. Oh, ne blaue Pistole. Jetzt auf der anderen Seite! Ihr sehn! Hier ist ne grüne Pistole noch, genau. Hier ist ne grüne Pistole noch, genau. Von der anderen Seite. Mhm. Nach Osten. Nichts. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Hier ist kein Problem. Ich bin da drin. Ja, ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ja, aber ich bin da drin. mal aufpassen hier ist aber auch schon alles ne hier im Norden ja die sind da in diesem Markt wieder mal oh da geht es wirklich ab jetzt warten wir mal draußen Problem ist die haben automatische Waffen die haben nur ne Pistole ach zwei Schuss und dann sind die tot ein Headshot und erledigt genau oh scheiße hier ist alles voller Wände ja der ist hinter dem Auto zwei einer hab ihn hab ihn da ist noch einer rausgekommen aha aha ah muss ich schon wieder nachladen da wechsle ich schon auf die andere Pistole und dann muss ich nachladen danke kacke vergessen hier ist noch Moni hier ist noch Moni muss ich halt mal richtig verteilen weil sonst bin ich bald tot naja bei mir ist auch wer hier ist noch Gut, die dürften ja wahrscheinlich schon alles gelootet haben hier drin, oder? Oh, machen wir noch übrig, oder? Doch, noch ein bisschen Munition und grüne Waffen. Da schießt schon wieder einer. Ich hab nix gehört. Jetzt, ähm, Süden. Naja. Ich hab bisher immer noch keine Rüstung. Wir laufen und müssen in die falsche Richtung. Noch laufen wir gar nicht in die falsche Richtung. Bin wir da dann geschossen? Jo. Haben wir wenig rausgeflogen? Mir hat's gerade Munz geleckt. Das leckt schon wieder übel. Ja. Wir schalten doch die FC aber langsam ab. Wahrscheinlich. Ja. 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 Hier ist ein Helm. Achso, hier hab's aber noch keinen. Das ist, äh, Fahrrad. Oh. Äh, Straße. Jetzt hinten beim, äh, Lager. Wieder Straße. Sind nach Norden gefahren, keine Ahnung. Sind sie weggefahren, oder? Ich weiß es nicht. Ich seh sie zumindest nicht mehr, Alter. Du bist ja schon da nach vorne gerannt. Hier ist einer in der Nähe. Bei mir. Ja, ich hör's. Ich seh's aber überhaupt nicht. Ich muss nicht nur wissen, wo das Ding ist. Auf der Straße hier. Hier gelaufen. Einen hab ich. Ist noch ein zweiter. Der ist auch tot. Ah, ok. Ja, ich hab' ernsthafte Probleme. Was war's ernsthafte Probleme? Mhm. Hier ist ne Rüstung, wenn du rauskommst. Ja. Oh, ne goldene Waffe. Hier ist noch ein blauer. Von mir üblich, wenn du einen rauskommst. Hier ist einer mit dem Fahrradrad langgefahren. Ich hab nur diesen Aufprall gehört, wenn man... Ok. Hinter mir. Auf'n Dach. Wo auf'n Dach? Da hier vor uns jetzt. Wo denn? Was, was so? Ne, ich weiß nicht. Oh, keine Ahnung. Sah grad so aus wie auf'n Dach, aber... Irgendwie doch da ist er doch. Ja, weg. Muss ja aber noch irgendwo einer sein. Goldene Sniper. Achso, willst du die haben? Ich könnte ja nur ne blaue Pistole haben, wie... Ja, egal. Ne, ich hätte stattdessen. Habe ja schon wieder einen reingekriegt. Ja, super. Pass auf. Können Sie mal aufhören, hier äh... Granate zu werfen? Alter, leck mich. Also... Jetzt hab' ich noch weniger Leben als ich vorher... wo ich scheiß Granate geworfen hab. Ja, das hat so ne Granate normalerweise an sich, dass man dann anschließend weniger Leben hat. Ey, und schon wieder, es leckt so sehr, dass ich hier... Okay. So, ich müsste jetzt eigentlich nach Norden laufen. Bei mir leckt's grad richtig. Ich weiß nicht, ob das bei mir meine Internetverbindung ist oder allgemein. Also eben grad vor kurzem hat's da bei mir auch noch ein bisschen geleckt. Natürlich, genau unser Quadrat ist weg. Wie warst du lange hier? Für Leute gestorben. Ich bin noch. Hier ist ein Helm, wenn du ein Helm hast. Oh ja. Ich will nix nicht wissen was. Gar nix gelootet. Oh, ne niederfarbene Shotgun. Willst du die haben? Ähm... Also ich kann sie nicht brauchen. Ich hab's versorgen. Okay. 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 Ehm... ... die sociology ist immer noch besser im nahkampf als ne pistole ne also nehmen wir die mal mit Ja, ich hab halt noch Uzi. Alter, ich dachte grad der... ... Wasser springender Ding ist ein Gegner, ey. Oh, Geld. Und wir müssen raus aus dem Gebiet. Oh, wir sind da gleich hier. Da war's nur noch 10. Geld, 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 Geld. Hier ist noch mal ne gegoltene. Äh, ne liderfarbene. Ist die Frage, ob die hier kostengünstiger ist. Ja, die ist tatsächlich hier ein bisschen kostengünstiger. Hm, also nach Norden. Wir sind im Grunde genau mittig. Also eigentlich. Aber es ist ja meistens nicht mittig. Oh, Kacke. Ich frage also, ob wir uns dann in den Bergen mal ein bisschen verschanzen. Hm. Dann haben wir auch eine bessere Position. Allein vom Schießen her. Na dann. Beide grüne Helme und blaue Westen. Ja. Diesmal sind wir nicht so gut ausgestattet. Hä. Oh. Okay. Okay. Sechs Leute, nur noch zwei Team, drei Teams. Ich bin hinter dir. Immer hinter dir. Was? Dann klickst du den ersten Schuss wenigstens auf. Bleib mal hier auf der erhöhten Position. Wir haben ja noch vier Minuten fast. Dreieinhalb. Nimm mal den Sniper in die Hand. Also falls wir Nahkampf haben, bist du da dran. Hm. Hinter uns. Oh. War einer? Ne, da hinten läuft noch einer rum. Auf dem Berg. Rechts irgendwas höre ich. Ja. Was auf dem Berg? Was rechts. Was wo? Weiß ich nicht. Direkt vor uns. Auf dem Berg ist jetzt grad runter gerannt. Ah, guck mal hier. Plumm. Warum kann ich den nicht verwenden? Ah, jetzt. Da ist er. In dem Haus. In dem Backsteinhaus vorne. Wo das Geschenk drauf liegt. Ah, er ist rechts durchgelaufen. Rechts? Rechts? Wo? Rechts? Was? Was? Rechts von dir, geradeaus genau. Durch diese Büsche ist er durchgelaufen. Er ist jetzt beim Markt auf dem Parkplatz. Er ist hinten. Hinter der Steinwand. Er ist weiter nach rechts gelaufen. Rechts. Du läufst nach links. Was? Er ist hinter uns. 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 Sehen halt doch nicht, ne? Sehen halt doch nicht, ne? Er ist hinter uns. Wo ist er denn? Oh, der ist im Laden rein. Ne. Bei der Sperrzone. Der ist nach rechts gelaufen. Ja gut, Richtung Kreis wahrscheinlich wieder. Weiter. Gehen wir halt auch mal da lang. Warte mal. Einen Moment. Der ist direkt vor uns. Ich bin hier auf dem Himmel drauf. Ich bin hier auf dem Himmel drauf. Granade! Oder so. Ich steh ihn nicht. Ich bin direkt auf der Straße drauf. Rechts von mir. Da ist er! Hier! Eieieiei! Heilen! Heilen, wenn möglich! Hier ist noch ein Bürger. Wir sind voll? Blыb chaos! Alles gut! Leider nur noch. Kannst du dich nochmal heilen? Ich hab noch Burger. Ja, ich hab. Passt schon. Jetzt sollen wir in den Kreis kleiner werden. Guck nach hinten. Rechts von uns, oder? Äh, was? Ja, Schritte rechts von uns. Ja, da vorne! Mach die schlappe Guide! Ja, boi! Jaaa! Kein Foto. Ja, aber wirklich. Oh, Mann ey. Ja, ist geschafft. Yeay! Voll geil! Musst du nicht aufhören, eins oder die? Ich hab auch eins, ja. Okay. Oh, jetzt sterben wir. Hier! Hier, komm! Nochmal wenigstens vorher abtanzen, bevor wir sterben. Woow! Wow! Jetzt kann ich's wenigstens deinstallieren. Jetzt schlöner Abschluss. Genau! Jetzt ist's wenigstens... Jetzt müssen wir's nochmal wiederholen. Nein! 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 Heute nicht mehr. Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, aber, äh, ja. Super! Toll! Die... 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 Das... Das Hoch... Äh, der... Der Freude... ...ist direkt auf den Boden geschlagen, als ich gesehen hab, was wir dafür bekommen haben. Nicht. Ha! Naja... Die... 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 Vielen Dank.